Hallo meine Lieben, heute ein neues Outfit of the Day, und zwar ein Frühlingsoutfit, wie ich finde, auch in den passenden Farben. Und zwar zeige ich es euch mal als Ganzes. Das ist das Outfit als Ganzes. Das ist ein Kleid, das ist von Pfeilmark, also in Blau, Natur, Reis und Gelb gehalten. Ja, das ist eigentlich ein Sommerkleid, ich habe es aber so kombiniert, dass ich es heute tragen kann, obwohl es noch nicht ein Kühe ist. Dazu trage ich einen Piquet-Bläser, so einen taillierten auf Dreiviertelärmeln, der ist von H&M. Ja, dazu trage ich einen Perlenarm, das kennt ihr ja schon alle, das ist glaube ich von H&M. Und ja, dazu trage ich dunkelblaue Strumpfhosen mit meinen geliebten Massimo Dutti Ballerinas, ich liebe sie sehr. Ja, und Pradalinchen ist auch dabei. Und ja, das war mein Outfit für heute. Achso, ich sage noch was zu meinen Haaren, und zwar trage ich wieder, er ist schon ein bisschen kaputt, aber ich hatte einen seitlichen Dutt. Ähm, ja, ich muss noch mal zeigen. Den trage ich zurzeit ganz gerne, normalerweise sieht er ein bisschen ordentlicher aus. Ja, aber der hat schon ein bisschen was mitgemacht heute. Und das war mein Outfit für heute, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und euch hat das Outfit gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.